Janett, du machst jetzt Gurkensalat, gell? Ja, möchtest du deine Gurken geschält oder nicht? Meine Gurken möchte ich, ja. Ich kann dazu nur sagen, das kann bös wehtun. Das kann ganz bös wehtun. Du kannst es dir auch tun. Ich berege dir die Antwort gut. Hier in der Männer-Botschaft, wir würden dir helfen. Wie ein Gurkensalat. Alles ist geil.